Ich find's nicht. Seer... Nein. Nein, der Spiegel. Der... Gottverdammt, der Spiegel. Puh. Garantiert. Doch nicht. Aber warum? See yourself. Wo? Ich kapier's nicht. Find more, aber wo? Wo? Ich will jetzt nicht in irgendeiner Komplettlösung nachschauen. Horsegrain. Wo könnte denn noch was stehen? Bin ich zu dämlich und seh das nicht, oder? Verdammt. Verdammt. Weck mich. Diskürzung. Oh, sie haben sich lieb. Also... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich speichere jetzt. Ich mache jetzt mal eine kurze Pause, denke nochmal drüber nach und wenn ich absolut nicht draufkomme, dann schaue ich in der Komplettlösung nach. Gottverdammt nochmal. Ich checke es gerade echt nicht. Entschuldigung, aber... Kein Plan. Entspringen vier Pfade. Soll ich jetzt jedem nochmal nach... Ich bin zu dämlich. Also zurück. Wie ich den Keller hasse. Ohne lange zu überlegen. Einfach drauf. So. Oh, Mann. Langsam bekomme ich hier Kopfschmerzen. Okay. Also, dann schauen wir nochmal. Der geht hier lang. Da entlang. Der geht da entlang. Der geht hier entlang. Da entlang. Dreht sich wieder. Kommt da. Und mindet schließlich... Oh! Da haben wir doch Indiz Nummer zwei. Okay. Das Ganze ergibt langsam einen Satz. Sie haben zwei Teile von vier. Ah, ruckel, ruckel, ruckel. Gut. Also, die zwei haben wir jetzt schon mal. Jetzt muss ich da aber nochmal hoch. Oh, nein. Nein. Okay. Der geht da lang. Habe ich den Schritt gehört? Der geht... Wir folgen jetzt dem hier. Ähm. Geht der jetzt doch da hoch. Wohin geht dann der andere? Ja, der geht direkt da hoch. Hä? Wir führen beide nach oben, oder wie? Oh nein, wir folgen einfach mal dem hier. Ach so. Äh, ist... Ja, ist klar. Das heißt, nochmal hoch. Oh, Mann. Das hat jetzt echt zu lang gedauert. Ich schaff das heute doch nicht mehr. Aber das finde ich auch nicht schlimm, weil... Ich will ja nicht nur Kopfschmerzen haben. Da entlang... Da... 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 Ah! Der dunkle Pfad. So. Keep searching. Das suche ich jetzt noch, aber dann höre ich auf. Dann kommt das letzte Kapitel, glaube ich. Bin mir ziemlich sicher. Und dann... Ja. Dann ist vorbei. Aber das spiele ich wann anders. Jetzt nehme ich den Schürhaken. Gut. Suchen wir Spur Nummer 3, äh, 4. Die geht natürlich da entlang. Führt... Weiterhin... Um die Ecke... Und... Auf den Dachboden. Was? Hä? Was? Nein! Nein! Sag bloß, ich habe jetzt... Weil ich oben den Indiz verpasst habe... Das ganze Spiel im Prinzip gebackt und darf alles nochmal spielen. Nein! Da wird mir jetzt mein ständiges Zwischenspeichern zum Verhängnis. Denn ich habe kein Backup. Das darf nicht wahr sein. Die Tür ist zu. Da ist kein Türknopf. Da ist... Doch, sogar ein Türknopf hat jetzt von hier ausgesehen wie eine blanke Textur. Aber... Aber... Mann! Das ist nicht lustig! Das ist ein ganz schlechter Witz. Muss doch irgendwo noch ein Vorschlaghammer liegen. Vielleicht geht die Tür damit trotzdem noch auf. Nein! Oh Gott, ne! Ich raste gleich aus! Ich... Mann! Warum bin ich nicht diesen dämlichen Spuren gefolgt? Ich dachte, ich finde da den einen, der da auf mich gewartet hat. Den habe ich ja im Prinzip aufgetroffen, da oben auf dem Dachboden. Aber... Ich dachte, das wäre schon so eine Art Showdown, dass ich den da sehe, der mich niederschlägt und... dann abhaut und nicht wieder hinterher muss oder... irgendwas in der Art, aber... Scheiße! 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 Gottverdammt, der Scheiße! Und jetzt? Nein, das ist... Ich habe jetzt gerade gedacht, wenn ich... Wann ist das letzte automatische Speichern gewesen? 16, 21, 20, 44 21, 12 Spielladen Das hier Naja Gott, dann mache ich hier jetzt nochmal ein Savegame und wenn es wirklich gebugged ist, dann spiele ich das selber weiter, schnell durch. Ob ich da noch alles einsammle, weiß ich nicht. Hilfe? Du meinst mit meiner Investigation? Ja, unter anderem Dinge. Es war eine Zeit, ich dachte, dass ich das beste Investigator der Büro immer hatte. Jetzt, es scheint, dass sie mich interessiert haben, um andere Gründe. Was bedeutet das? Ich habe meine File gesehen gesehen. Ich habe meine Filme gesehen. Ich bin eine Art von Circus Freak für sie. Hm. Das ist vielleicht nicht so hilfreich. Ich weiß, wie sie wissen, was passiert. Ich würde mich entfernen von der Büro so lange wie ich konnte. Es ist nicht so, dass ich so viel choice habe. Daher glaube ich, dass ich diese zwei Arbeiter töte. Seine Todes waren unverzüglich, aber... ... vielleicht ist es der beste Weg. Naja, was gibt's zu erzählen? Was soll ich noch nachspielen, wenn ich's dann wirklich durch hab? Ich weiß nicht. Tomb Raider weiter. Fokus auf Tomb Raider habe ich eigentlich keine Lust. Nerren weiterspielen habe ich auch keine Lust. Wolfenstein habe ich gar keine Savegames mehr, wirklich nicht. Ähm... Ich habe mir gedacht, 4-2 hat mich jemand draufgebracht. Starsing was. Olli. Starsing heißt er in YouTube, glaube ich, auch. Weil er gemeint hat, ja, Spiele, die gruselig sind, schaut er sich gerne an. Und haben mir gedacht, 4-2 ist cool. 4-1 kann ich nicht spielen. Das habe ich schon zu oft gespielt. Drei-, viermal durch. Das ist ausgelutscht für mich. Das kann ich nicht bringen. Ähm... Äh... Die ganzen Schreckensmomente, die sind für mich. Ich kenne sie alle. Ich kann jetzt sagen, ja, wir gehen jetzt die Leiter hoch und da wird jetzt genau das passieren. Aber... Das wäre blöd. Äh... 4-2... 4-2 wäre eine Möglichkeit. 4-2 wäre cool. So. Dann nennen wir... Anfang. Ähm... Ja, Anfang. So. Gut. Also... Wie gesagt, ich denke noch mal drüber nach und... Spiele das hier nochmal komplett durch. Und... Ja. Ja. Man wird sehen. Das war jetzt alles ziemlich blöd zu Schluss. Sorry, aber... Adios.